Hi, servus Leute, das wird ein Update-Video noch zu meinem Gewinnspiel. Aber erstmal schauen wir mal ein gutes neues Jahr und ein gutes Ursch ins Jahr 2018. Weil ich jetzt vorher gesehen habe, dass ich die 50 Abonnenten überschritten habe, ein oder zwei bin ich jetzt drüber, dachte ich mir so, ja komm, gibt es für euch noch einen schönen Schmankerl. Dann tue ich als ersten Preis hier auch noch von Kubi den großen Flipper raushauen. Der erste Preis kriegt auf jeden Fall den Kubi-Flipper und kann sich von den anderen Messern noch eins raussuchen. Euer VA's bitte unter dem anderen Video verlinken. Und ja, dann feiert es noch schön und ciao.